Ich habe hier eine Zeitmaschine und eine Raummaschine, Zeit-Raummaschine, gell. Voll der krasse Test. So, heute zeige ich euch mal, wie das funktioniert mit dem Umziehen, gell. Wie ihr seht, bin ich schon wieder in Berlin. Ich habe hier eine Zeitmaschine und eine Raummaschine, Zeit-Raummaschine, gell. Mit der kann ich Zeit und Raum verändern. Und wie ihr seht, da muss man gar nichts reinmachen, gell, es ist leer. Und trotzdem, jetzt passt es mal auf, wie das hier. Alter, ist das nicht krass? Und jetzt schläge ich da hin, wo ich jetzt wohne. Momentan muss ich erst mal einstellen. So, ja, ja, so ist gut. Also, tadaaa. Ein gespinnerter Hund bin ich schon, ja. Bis dann. Also, tadaaa.